Jo. So ein bisschen ist die Sonne gerade. So, guten Morgen ihr Lieben, wir starten gleich durch, wir warten noch einen kurzen Moment, bis die Zuschauer da sind und dann legen wir los. Was sagst du? Ja, ich bin hier vorne beim Fördner, der ist aber heute nicht da, der ist ausgeflogen. Der hat heute frei, genau, hast du schon alles vorbereitet? Ja, da hast du recht, da sitzt keiner. Immer, immer wenn wir kommen, sind die Fördner ausgeflogen. So, guten Morgen ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal allen jetzt einen schönen vierten Advent. Ich bin heute wieder mit dem lieben Michael unterwegs. Also Leute, erstmal der Hinweis jetzt, hier unten im Erdgeschoss könnte der Empfang manchmal so ein bisschen nachlassen. Bleibt einfach dran, wir gehen gleich nach oben, da wird es dann besser. Guckt mal hier, ein ganz altes Hinweisschild hier vom öffentlichen Telefon, also öffentliches Kartentelefon, der Telekom. Gibt es aber schon lange nicht mehr. Ja, Leute, dann noch der Hinweis, wer den Ort erkennt, bitte keine Angaben im Chat machen, wo wir uns gerade befinden. Wir sind hier in einem verlassenen Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. So, da ist der liebe Michael. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein zum Fördner. Ja, der hat uns aber netterweise die Tür aufgelassen. Warte. Ich halte dir die Tür auf. Ja, der Fördner hat heute frei. Ja, aber wir dürfen rein, er hat uns die Erlaubnis gegeben hier. Er hat gesagt, wir sollen die Patienten heute alle nach Hause schicken. Hier ist der Hof, vorne, halt, zu, äh, zu. Also so richtig funktioniert hier nichts mehr, Leute. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich habe jetzt mal den Handschuh zwar noch an, aber hier drin geht es eigentlich, ne? Ja. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so kalt wie draußen. Seit mehr als vier Jahren, Leute, steht das Krankenhaus jetzt leer. Es sah mal, es sah mal etwas besser aus und nicht so ramponiert wie jetzt. Leute, wenn euch das live gefällt, dann seid doch bitte so lieb, einmal bitte teilen, teilen, teilen und liken. Ganz wichtig. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach oben. Hier haben sie den Bildschirm von dem Überwachungsmonitor zerstört. Und nochmal euch allen einen schönen vierten Advent, Leute. Ihr wisst ja, nächste Woche Sonntag ist Heiligabend. Nee, stimmt nicht. Samstag ist Heiligabend, ne? Ja, Samstag. Samstag haben wir Heiligabend. Dann kommt das liebe Christkind und der Weihnachtsmann. Aber ich weiß nicht, ob das hier ins Krankenhaus kommt. Ich glaube, das taucht sich hier nicht hin. Ja, Michael, am besten gehen wir hoch, dann brauchen wir nicht durch die Tür klettern, oder? Weil oben steht die Tür offen. Oben steht die Tür offen. Ja, ja, dann gehen wir oben durch. Gehen wir einfach oben durch. Ja, da ist der liebe, der liebe Joey. Schönen guten Morgen, lostplace.de. Ja, genau, mach mal Fenster zu, es sieht. Ja, ich habe auch echt das Gefühl hier, das Krankenhaus. Genau so ist es. Orte werden nicht bekannt gegeben. Wer sich nicht daran hält, kriegt eine Stummschaltung. Leute, es ist einfach wichtig, dass die Orte nicht verraten werden. Das hat auch zwei Gründe. Der erste Grund ist, ihr seht, wie es hier aussieht, um weitere Randalemacher und Kabeldiebe fernzuhalten und auch, um ungebetene Gäste fernzuhalten, damit wir euch auch in Ruhe hier alles zeigen können. Kann jetzt gleich mal kurz passieren, dass die Verbindung etwas nachlässt. Bleibt einfach dran. Wir gehen jetzt nach oben, da wird das sofort wieder besser. Und wir gehen auch natürlich gleich noch in den Keller. und besuchen da mal den Kellerbereich. Ja, hier liegen, ja, ja, hier liegt das überall rum, Michael, da wissen wir mal. So, hier vorne geht es nach oben. Hier ist das Treppen. Ja, hast du deine Taschenlampe dabei? Ja, alles klar. Meine Fresse, guckt, aber hier ist noch mal ein schönes Bild auf der Tür. Leute, guckt euch das mal an hier. Ja, lieber Joey, Lostplace.de, selber Eingang. Ich kann dir nur sagen, die angebrachte Konstruktion, da kann man einfach ganz müde ein kleines Lächeln abgeben und dann ist es gut. Guckt euch das mal an hier. Eine alte Dusche. Guckt mal hier die Kabeldiebe, was die hier angerichtet haben. Der absolute Hammer. Nicht nachvollziehbar. Also Leute, ich, ja, kein Thema. Hier, Dusche. Ist sogar noch, äh, äh, der Schlauch verhanden. Kaum zu glauben. So, jetzt sagt mir doch einfach mal, wer von euch weiß, was das hier ist. Also, ich kenne mich da schon gut aus, aber ich habe echt keine Ahnung, was das sein soll. Schreibt mal in den Chat, wer das weiß. Oder vielleicht weiß der Michael das. Ja, Michael? Mal gucken, wo ist er? Hier ist noch so eine Toilette. Sitzbadewanne. Okay, alles klar. Also, ich würde da also nicht reinpassen, ne? Mit meinem dicken Hintern. Das kann ich euch also garantieren. Ich habe dir schon, äh, Michael, ich habe dir schon, äh, Badewasser eingelassen, ne? Ja, Leute, wir haben natürlich auch Spaß in der Backe, ne? Das Leben wäre ja auch nicht lebenswert, wenn man nicht ein bisschen Spaß am Morgen hätte, ne? Ja, also ich weiß mittlerweile, ja, das ist ein verlassenes Krankenhaus. Und, ähm, nach der Schließung war aber hier noch kurzfristig wohl oben eine Senioreneinrichtung. Also, so wurde es mir jetzt gesagt, dass hier mal kurzfristig Senioren gewohnt haben nach der Schließung des Krankenhauses. So. Guckt euch das mal an hier, Leute. Also, ich kapiere das einfach nicht. Hier. Da haben die wieder ganze Arbeit geleistet, hier die Kabeldiebe. Hier sind die ehemaligen Zimmer. Fenster sind noch heile, finde ich gut. Hier kann man noch erkennen, das waren zwei Bettzimmer. Mal gucken, ob hier Tresore im Schrank sind. Es gibt nämlich hier tatsächlich auch noch, ne, hier nicht. Aber wir zeigen euch auf jeden Fall gleich auch noch Tresore, Leute. Bleibt also dran, es wird spannend. Ja, da hast du recht, die Kabeldiebe sind überall. Ja, Michael, was sagst du, ist echt schlimm, ne? Echt unfassbar ist dann, ey. Ja, Leute, wenn euch das live gefällt, bitte teilen, teilen, teilen und liken, ganz wichtig. Gerne auch abonnieren, Glocke aktivieren. Wir werden hochhundertprozentig, kann ich nicht garantieren, aber nach dem Krankenhaus, wenn wir hier fertig sind, fahren wir noch zu einer weiteren Location. Wenn die zugänglich ist, dann komme ich nochmal live heute. Ja, ich verstehe das einfach nicht, wieso die... Übrigens schon mal der Hinweis, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann, bevor ich gleich das live beende, das dauert natürlich jetzt erstmal noch ein bisschen, euch schon mal Folgendes vormerkt. Und zwar Instagram, Hubert Punkt, also nach dem Hubert ein Punkt, dann ein B, 176, ey, und dann mir auf Instagram folgen. Dann kann ich euch nämlich gleich den Keller zeigen. Das darf ich bei TikTok leider nicht, weil wir da einen Raum besuchen, den ich euch hier einfach nicht zeigen kann. Das machen wir natürlich trotzdem, und zwar bei Instagram. Also würde ich mich freuen, wenn ihr mir da folgt unter Hubert Punkt B, 176. Einfach dort folgen, Glocke aktivieren. Wenn ich das live nachher beendet habe, geht es dann bei Instagram im Keller weiter, sofern ich da unten Empfang habe. Das ist nämlich auch leider nicht immer gegeben. So, Fenster noch heile, finde ich gut. Michael? Wo bist du? Ach, da hinten bist du? Okay, weißt du, also alles... Ach so, ja, ich bin hier, auf dem Gang, ne? Was haben wir hier? Ach so, hier. Irgendwie Aufzugtechnik. Ja. Ach so, ja, wie noch. Also Hubert Punkt B, 176. Das einfach bei Instagram in die Suchzeile eingeben. Ich kann euch das aber auch einmal kurz zeigen. Augenblick. Ich gucke mal, ob ich das jetzt mal eben auf dem Handy öffnen kann. Augenblick, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann jetzt hier. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, hier, Leute. Na, wieso öffnet sich das jetzt schon wieder nicht? Doch, jetzt. Da. So, da. Das ist mein Instagram-Kanal. Da oben einfach Hubert Punkt B 176 eingeben. Dann werdet ihr mich dort auch finden. Einfach folgen. Und dann geht es nachher dann unten im Keller weiter. Sofern da unten Empfang ist. Leute, manchmal habe ich da Empfang, manchmal nicht. Wir sind immer unterschiedlich. So, ich hoffe, ihr konntet das jetzt alle sehen. Wir machen weiter. So, es ist erstaunlich, aber hier stehen jetzt im Moment tatsächlich mal alle Türen offen. Das ist auch nicht immer der Fall. Finde ich natürlich gut. Gefunden. Gefunden. Na, siehst du, das freut mich. Ne? Weil leider, leider, leider ist bei TikTok es nicht erlaubt, einen speziellen Raum hier von dem Gebäude im Keller zu zeigen. Deshalb machen wir das grundsätzlich dann auf Instagram. Aber alles andere seht ihr natürlich hier aus dem Krankenhaus bei TikTok jetzt. Ja, Mahlzeit zurück. Ja, die Treppe ist, äh, ja, heiß begehrt, ne? Ist auch in Ordnung, wenn du das erkennst. Nur bitte grundsätzlich nicht in den Chat schreiben, wo wir gerade sind. So, hier war damals, äh, die Station 12, die Diplom-Psychologin. War jetzt hier noch irgendwas? Ach ja, hier, Michael, komm, wir gehen mal in die Kapelle. Das ist nämlich, ja, das ist nämlich tatsächlich hier das, das Geilste am Krankenhaus. So, guten Morgen. Aber wo, aber hier, 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 ne? Mhm. Ne? So. Ja, hallo, wann ich bin? Ja. Ja, guten Morgen. Hallo, Herr Pfarrer, wo sind Sie denn schon wieder? Ist der eigentlich schon wieder ausgeflogen, oder was? Ich wollte jetzt eigentlich mal, äh, die Beichte ablegen, aber irgendwie, ich guck mal, ob der Pfarrer vielleicht hier in seinem Räumchen ist. Herr Pfarrer? Ne, also der Herr Pfarrer ist leider nicht da, der hat nur seine Leiter hier gelassen. Guck mal hier, Leute, ne? Absolut super geile Location. Ich liebe es, ich liebe verlassene Kirchen, ich verliebe es, in verlassenen Kapellen unterwegs zu sein. Ja, das ist in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Wir haben sich schon wieder die schönen Fenster kaputt gemacht. Ja, Leute, der Pfarrer hat sich aus dem Staub gemacht. Hier kann man noch erkennen, wo das Kreuz war. Guckt, da ist, es ist wirklich noch gut zu erkennen. Einfach geil. Richtig schöne Location, Leute. Ich liebe es, vor allen Dingen die Fenster. Die Fenster sind schön. Ja, hier war der Altar. Kann man ja noch sehen. Es gibt sogar noch ein verlassenes Krankenhaus, da kann man den Altar noch bewundern. Besuche ich auch demnächst nochmal. Ob das dieses Jahr noch was wird, Leute, kann ich nicht versprechen. Aber das Jahr ist auch bald rum. Hier waren damals die Bänke. Ja, ich weiß, das sieht leider immer wieder schlimmer aus. Hier waren nochmal ganz andere Graffitis. Die sind wieder übermalt worden. Aber trotzdem wunderschön. Wir sind gleich auch nochmal oben, Michael. Du kannst gleich nochmal von oben gucken. Wir gehen ja gleich eine Treppe hoch. Das ist von oben auch nochmal richtig interessant. Und was sagst du? Ist doch geil, oder? Die Kapelle finde ich hier echt am geilsten. Einfach geil. Endlich frei, denn die Treppe ist vorbei. Dann gehen wir mal hoch. Die Türe, die quiht. Die müssen wir mal ölen. Ich habe keine Öle dabei. Ich auch nicht. Ich habe mich im Schrank stehen lassen. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Oh, mein Gott. Guck dir das mal an hier. Das war aber beim letzten Mal nicht. Wann war ich das letzte Mal hier? Keine Ahnung. Vor drei Wochen? Vier Wochen? Gehen wir erstmal in die Kapelle. Hast du? So Leute, und schon wieder sind wir in der Kapelle. Jetzt nur eine Etage höher. Wir wollen euch auch mal von hier oben zeigen, wie schön das hier ist. Weil ich finde das einfach klasse. Ich dachte, wenn sie künstliche Gelenke brauchen. Ja, hier war mal die Orgel irgendwo. Ich weiß aber leider jetzt nicht genau wo. Ich denke mal entweder hier. Hier könnte die gewesen sein. Hier könnte die Orgel vielleicht tatsächlich gewesen sein. Willst du nicht reinkommen, Michael? Ja, wenn du nicht rein willst, dann geh da rum. Dann treffen wir uns hier vorne. Ist egal, lass einfach. Hier ist auch noch ein Ausgang. Du brauchst aber keine Angst haben. Da kann absolut nichts passieren. Nee, ist alles noch... Ach so, ja, die Höhe. Ja, da habe ich schon wieder vergessen. Siehst du mal. Hier kann ich sowas nur schon wieder vergessen. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Schwester. Ich bräuchte eine Tablette. Ich habe Kopfschmerzen. Sie sind ja nicht da. Ich bediene mich mal selber. Ja, aber da sind ja gar keine Kopfschmerztabletten mehr. Michael, ich wollte jetzt eine Kopfschmerztablette haben. Bin ich schon in einem Krankenhaus und kriege ich nichts gegen meine Kopfschmerzen. Ja, anstattdessen liegt sowas hier rum. Nee, 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 nee. Hauspost, okay. Advent, 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 ein Lichtlein brennt. Hier brennt überhaupt gar nichts mehr an Lichtern. Stattdessen liegt hier eine Hose rum. Das war damals das Lager. Patientenzimmer, Station 22. Leute, guckt mal. Hier steht noch eine Tasse rum aus den Krankenhauszeiten. Die typische weiße Krankenhaustasse. Ich glaube, das hier war so ein, ja, das war ein Einbettzimmer für einen Patienten. So, Leute. Mit einem Bett, genau. Das war dann bestimmt für die, die privat versichert waren. Gleich zeigen wir euch noch zwei Zimmer. Da sind noch die Tresore drin. Die werden, ich glaube, die sind sogar hier auf der Etage. Wir müssen, glaube ich, war das, entweder war das jetzt, nee, das war, glaube ich, weiter oben. Das ist weiter oben. Da sind noch zwei Tresore. Ihr möchtet es früher bestimmt auch sehen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Die sind noch da. Die sind noch da. Die stehen jetzt seit vier Jahren da. Die werden auch immer noch da stehen. Ich würde gerne brauchen. Nee. Aber die sind noch wirklich gut erhalten. Gucken wir mal da, ob die Tür offen ist. Manchmal sind die Türen zu, manchmal sind die auf, Leute. Das ist immer... Ja, habe ich auch, aber nur an dem einen. Nur eine Überraschung hier, ne? Mal hier, Michael, haben Sie die ganzen Fahrstuhltür weggekloppt. Mal eben gucken. Ja, die ist jetzt zu, ne? Die ist, das ist ja, wo die Türen hängen. Ja, ich sage ja, manchmal sind die zu. Ja, ist aber nicht schlimm. Komm, wir gehen außen rum. Brauchst nicht da durchklettern, komm. Nee, wir haben keine Lust. Wir gehen außen rum. Das war gar kein Problem. Das ist alles kein Problem. Da habe ich jetzt gerade auch gar keine Lust zu. Oh. Danke für die Geschenke, Leute. Danke fürs Folgen. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen und liken. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Hier haben wir die Obdachlosen gehaust. Was sagst du? Ja, da ist die Etage jetzt, auf der die beiden Obdachlosen hausen. Hier liegen überall Klamotten rum. Hier war damals der Friseur. Ist ja noch unschwer zu erkennen, ne? Was hast du denn da gefunden? Toiletten mit Herz. Ja. 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 Wohnbereich 2. Ja, ich glaube, damals, als das Krankenhaus geschlossen wurde, war hier der Bereich, wo die alten Leute untergebracht wurden, vorübergehend. Hier, guck mal, Michael, wie der Krassspul aussieht hier. Der ist der absolute Hammer, ne? Der muss noch mal irgendwie bewegt worden sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas sonst passieren kann. Warte mal, ich muss mal Licht anmachen. Weil du siehst ja die Tür, ne? Wie verkalt die ist. Das heißt, der Fahrstuhl muss irgendwie runter, die Klappe geht hoch, also dann ist er wieder hochgefahren. Ja, ja. Dann hat sich die Tür dann... Keine Ahnung, vielleicht noch in Zeiten, als da hier noch Strom war, ne? Ach, guck mal, hier haben sie auch gehaust, wa? Ja. Ja. Ja, pass auf da mit dem Kühlschrank, äh, der lebt, der lebt, der lebt der Kühlschrank. Also näher ran geh ich, näher ran geh ich da nicht. Ja nicht. Merkst du wie das hier stinkt? Mhm. Ey, ist echt erbärmlich, ey. Boah. Geruchstig doch. Ja, geruchstig. Seid froh, dass ihr das nicht riechen müsst, was wir gerade riechen, Leute. Also hier riecht auf keinen Fall nach Weihnachtsschmaus. Oder nach Spekulatius, ne? Das kann ich also ganz klar sagen. Und schon gar nicht nach Glühwein. Genau, und schon gar nicht nach Glühwein oder einem heißen Kakao, ne? Wir sind in einem verlassenen Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Hier wohnt Frau Dörrge. Also nochmal der Hinweis, Leute. Als das Krankenhaus geschlossen wurde, wurde die dritte Etage vorübergehend benutzt, um ältere Leute unterzubringen aus einem Altenheim, das wohl renoviert wurde. Deshalb haben dann hier oben die alten Leute gewohnt. Und nicht vergessen, wenn euch das gefällt hier, das Live, bitte auf jeden Fall teilen, teilen, teilen und liken, Leute. Gerne auch abonnieren, Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich wieder live komme. Was sehr wahrscheinlich heute sogar noch passiert, wenn wir in die andere Location auch reinkommen. So. So Michael, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie wir in die Zimmer kommen mit den beiden Tresoren. Ich glaube, wir müssen nochmal gleich runter und dann unten... Äh, warte mal, wo war diese Haupttür? Gesundheit. Da ist so eine... Da ist eine Haupttür, da müssen wir gleich durch. Und dann müssen wir rechts. Und dann haben wir das Ding da. Weil das ist echt interessant. Wir frieren gerade die Hände ein. Das ist echt, ne? Ja, das ist echt, ne? Bist du hoch oder runter? Ne, geh erstmal links. Ja, ja. Geradeaus. Geradeaus meine ich, genau. Du hast ja hier oben noch gar nicht alles gesehen. So, jetzt müssen wir nämlich da vorne durch die Tür und dann links. TT hat Probleme, hat es nie angezeigt, dass du on bist. Ja, das passiert leider manchmal, Leute. Trotzdem ist es sinnvoll, die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr mehr Lost Places wollt, Leute, kein Problem. Einfach bitte das Plus wegmachen und schon seid ihr dabei. Hier ist die Geschäftsführung. Die ist ein bisschen offen da. Ja, aber hier kommst du nicht rein. Die ist zu, die Tür. Die war schon immer zu. Und ich kletter da nicht durch. Ich hab da einfach keine Lust zu. Ja, da runter. Ja, Michael. Das ist jetzt hier die Abteilung, wo die Obdachlosen wohnen. Ja. Auf der linken Seite zeige ich dir gleich. Die wollen nicht gefilmt werden, aber die lassen uns in Ruhe und wir lassen die in Ruhe. Wir müssen nämlich jetzt mal geradeaus ans Ende. Ja, warte, Michael. Bevor wir nach Ende gehen, gehen wir erstmal hoch, ne? Du willst ja bestimmt auch mal das Dach sehen, ne? Das hab ich beim ersten Mal auch übersehen hier. Ich war ja noch nicht hier. Ja, das ist ja heute deine Premiere, ne? Ich war hier und hier. Ja. Ach. 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 No, ja. Ne bessene. Ne? Ne? Ne. 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 Anfassend! Aufpassen! Dann das filmen. Dann steht die Stadt nicht näher. Ja. Abwohl, du ja weißt, dass der Polizei hier rutschneidet. Ja, perspantliches Filmen. Ich kann das nicht. Ja. Rausschneiden. So. Ach, ich wollte tatsächlich nicht folgen hattiven. Ich habe den Doktor gefunden, Michael. Hier. Er ist endlich da. Da ist er. Guten Morgen, Herr Doktor. Endlich habe ich sie gefunden. Ich brauche mal eine Kopfschmerztablette, Herr Professor. Weißt du, wie der aussieht? Wie der Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik. Aber ich glaube, hatte der auch eine Brille? Ich glaube, ja. Ich habe alle Brille. Habe ich gestern erst gesehen. Lief gestern so eine Folge da auf dem ZDF-Neo-Kanal. Habe ich mich schon wieder zurückversetzt. Das sind die 80er Jahre. Och, guck mal hier, Leute. Wie süß ist das denn? Oh, Mensch. Das ist aber auch mal wieder was Schönes. Koffizie für Anfänger. Ja, aber es sieht trotzdem schön aus. Ja, guck mal. Was guckst du? Was guckst du? Was guckst du? Pass auf, hier die Nägel auf dem Boden. Ja, ich bin ja gegen den Scheiß mittlerweile geimpft. Also wenn ich in einen rostigen Nagel trete, kann ja nichts mehr passieren. Ja, die Sohlen hier bei mir sind auch dick, aber so ein dicker Nagel geht ja trotzdem durch. Ja, ich sage ich dir. Ja, Leute. Wir sind auch heute gut drauf und machen auch mal ein paar Witze. Muss ja auch mal sein. Ja, der Keller kommt zum Schluss, Leute. Wir haben die ganzen schönen Lampen wieder kaputt gemacht hier. Hier, Michael, das Schmuckstück im Krankenhaus. Was auch hier drinnen stinkt ist, ne? Mhm. Ja, ja. Die hast du bestimmt bei mir schon gesehen, ne? Ich habe schon gesehen. Diese traumhaft schöne Badesanne. Ja. Ja, hier stinkt es nach Rauch. Das ist aber normal. Hier oben wohnen diese beiden. Hier. Da. Da sind die zu Hause. Deshalb lassen wir die da auch in Ruhe. Einfach geil, endlich frei. Hast du ein schönes Graffiti entdeckt? Ja. Ja. Was? Das ist ja eigentlich wenig. Boah, ich spüre schon wieder meine Hände nicht mehr. Boah, ist das kalt, ey. Mein Gott, Walter. Also rein gehe ich da nicht, ne? Also habe ich keine Lust zu. Zeige ich einfach von hier. Ja, weil das hier ist die Etage mit dem... Mit dem... Ja, ne? Da kann man nur einmal durchgehen. Aber ich glaube, Michael, jetzt sind wir richtig. Entweder hier oder eine Etage tiefer sind jetzt die Zimmer mit den trönenden Tresoren. Entweder hier oder eine tiefer. Müssen wir gleich mal gucken. Ne, ich meine, hier ist es. Ich kann mich aber täuschen. Es kann auch eine Etage tiefer sein, weil die... Ja, 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 das sieht alles gleich aus. Aber wir werden die Dinger schon finden. Also hier ist es schon mal nicht. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Wenn die Tresoren noch da sind, ne? Dann gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Ja, es kann aber tatsächlich sein, dass es doch noch eine Etage tiefer ist. Ich meine nämlich, mich zu erinnern, dass das die zweite Etage war. Ja, hier ist es schon mal nicht. Hier stinkt es nach Rauch. Irgendeiner ist hier. Wo bist du? Ach, da hinten. Okay. Ne, Leute. Also hier ist es nicht. Dann müssen wir tatsächlich noch eine Etage tiefer. Da war auch nichts? Dann ist es eine Etage tiefer. Dann müssen wir mal ein Treppchen runter. Ja, aber hier waren wir noch nicht, ne? Ja, die Schwesternzimmer. Kopfschmerztabletten? Alles ist schon wieder weg hier, ne? Alles ist weg. Ja, Leute. Danke fürs Folgen. Danke für die Gefährdung. Gesundheit. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen, teilen, teilen. Und liken ganz, ganz wichtig. Die Tür ist echt der Hammer, ne? Das sind Feuerschutztüren, ne? Ja, eine Brandschutztür. Schließt bei Rauch automatisch. Ja, auch so ein typisches Zwei-Bett-Zimmer hier. Ein Hündchen ist hier nicht. Nein, also hier in dem Krankenhaus ist im Moment kein Bau-Bau. Ja, ich rieche es schon. Reingehen wir da nicht. Warte mal kurz. Da unten ist jemand. Da. Hast du das gesehen? Da. Ja, guck mal, da ist jemand. Da unten in der Ecke rechts. Siehst du den? Guck mal, da unten geradeaus. Da steht ein rotes Fahrrad. Das ist ein rotes Fahrrad. Dahinter steht der, der Typ. Siehst du den? Was macht der da? Stimmt. Der ist ein... Oh, ich bin überhaupt da los. Ja, der sieht nicht so aus. Heute geht sofort weiter. Solange der hier keine Randale macht, ist das in Ordnung. Nee, Leute, wir zeigen das nicht. Vor allen Dingen können wir euch diese Ecke des Krankenhauses gar nicht zeigen. Schon alleine aus dem Grunde, damit niemand erkennt, wo wir gerade sind. Wenn ich euch das Gebäude mal von der Rückseite kurz zeige, ist es nicht so das Problem. Aber niemals von der Hauptseite. Das gibt es nicht. So, Leute, jetzt gehen wir mal zu den Tresoren. Es ist manchmal etwas kompliziert, aber genau hier ist es. Hier war das mit den Tresoren. Ja, okay. Michael, jetzt ganz vorsichtig, ne? Hier... Ja, aber es geht. Du musst aber hier ganz vorsichtig reinkrabbeln. Warte. Soll ich das festhalten? Ich schenk mir gerade, dass das Ding ausgemacht ist. Alles klar. Ganz vorsichtig, vorsichtig. Super. Das ist hier leider nicht anders möglich. Aber jetzt sind wir zumindest auf der Etage, wo... die Tresore sind. Aber verletzt hast du dich nicht, ne? Alles klar. Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich bin aber... Ach ja, hier müssten jetzt die Tresore sein, Leute. Hier sind jetzt zwei Zimmer mit Tresoren. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Was sei denn, die wurden jetzt geklaut. Also, Kleiderbügel sind noch da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Tresore noch da sind. Ja, die sind auf jeden Fall. Wenn sie nicht geklaut wurden. Ja, da sind sie doch. Wer sagt es denn? Ja, ich habe sie. Ja, sicher. Oh, mir frieren die Hände ein. Ich kriege die Krise, Kerl. So sicher ist das nicht. Die kannst du auch ausmontieren. Ich will mal eben kurz ein Kurzvideo machen. Leute, bleibt mal bitte dran. Ich muss mal eben meine andere Kamera rausholen. Stoppt den Diebstahl. Ach so, wieso geht denn das jetzt hier nicht an? Wie ist das immer lieber, ne? Piep, piep, das haben wir schon mal. Gildo hat euch lieb. Wo muss ich jetzt hier drücken? Wähle eine Häufigkeit aus. Okay, so, jetzt Leute. Michael, da ist noch ein Zimmer mit Tresoren. Kannst du schon mal gucken? Danke. Ja, ich muss mal eben kurz hier noch ein Video drehen, Leute. Dann machen wir sofort weiter. So. Alles klar. Das verlassene Krankenhaus. Und die Tresore. Aber hier. Absolute Hammer, Leute. Na ja, also wenn ihr jetzt erwartet habt, dass da noch ein paar Millionen drin liegen, da muss ich euch dann leider enttäuschen. Michael? Okay. Ach ja, genau. Hier waren auch noch welche, richtig. Den haben sie aber schon ramponiert. Der sah vor drei Wochen noch nicht so aus. So, Leute. Nicht erschrecken. Also, ich rede jetzt mit dem anderen Telefon. Weitere Informationen zu dem Krankenhaus bekommt ihr bei YouTube und TikTok und Instagram. Ich glaube, in dem Raum nicht mehr. Aber vielleicht hat sich ja da einer verirrt. Wer weiß das schon. Die Türen hier sind geil. Ja? Ja. Wahnsinn. Noch zwei Tresore. Habe ich die jetzt beim letzten Mal übersehen? Sieht so aus, ne? Böse. So. So, Leute. Hier sind noch zwei Tresore. Alles klar. Hat sich doch gelohnt wieder, ne? Das Klettern. Was das Hupen war, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich habe es gehört. Aber ich habe es nicht jetzt speziell nachgeguckt. Stört mich auch nicht. Wir gucken aber gleich mal, wenn wir wieder vorne sind. Was hat nichts zu bedeuten? Nö. Ach, das stört mich auch nicht. Das liegt ja auf der Straße. So. Geht noch rein? Ja, wenn wir eh hier drin sind, ja. Vielleicht finden wir ja noch eine andere Tür. Da brauchen wir nicht wieder durch die Scheibe zu klettern hier. Aber ich glaube, wir müssen da wieder durch. Aber wir schauen mal. Ich gucke mal eben runter, ob da irgendeiner ist. Auf den Blick mal, Leute. Das sieht alles friedlich aus. Ja, es ist jemand am Hupen, das höre ich, aber alles friedlich. Ich höre nur das Hupen. Siehst du was? Nö. Ich auch nicht. Ich fände die Zeit, kein Aufruf an. Nö. Alles ruhig. Ach doch, da. Ah, ich weiß, wer das ist. Ja, ich weiß aber jetzt auch, wer das ist. Das ist Lostplace.de ist da. Ja, dann komm rein. Komm wo? Genau. Komm rein. Aha, alles klar. Ja, dann komm einfach rein. Ich weiß, du willst nicht gefilmt werden. Das machen wir schon. So. Ja, hier können wir vielleicht raus. Warte mal, wir gucken, ob die Tür auf ist. Nee, ich bin nicht da. Wer ist das denn dann? Da hat doch gerade einer gewinkt. Ja, oder gewunken. Ja. Das wunken in Ordnung. Ist das die Ersteilung und die Wand? Nee, hier waren wir noch nicht, aber wir hätten uns jetzt eigentlich gerade, aber wir sind jetzt durch die andere Tür, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Die ist auch, dass es nur auf die Tür war. Da ist ja noch eben schon gewesen. Ja, ja, das ist doch nichts mehr Neues. Es wäre ein Wunder, wenn mal irgendwas nicht kaputt wäre. Hier war auch noch so ein Schwesternzimmer. Ja, hier war damals die Psychiatrische. Willst du die auch sehen? Müssen wir hier reingehen. Die Psychiatrische Abteilung. so. So. Alter Schwede. So, jetzt ist das Bild unscharf. Augenblick, Leute. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt weiß ich nicht, wie das da los ist. Nee, wenn es jetzt nicht der liebe Joey ist, dann weiß ich es nicht. Aber wenn der was will, dann wird der schon reinkommen. Ja, das kommt vor, ist aber nicht schlimm. Ja, das macht nichts. Das stört mich alles nicht. Heute ist Sonntag, genau. Heute ist der vierte Advent, Leute. Advent, Advent. Die Kerze brennt. Ja, das war, glaube ich, damals hier der Beobachtungsraum. Hier wurden die, wie heißt das, Renitenten. Keine Ahnung. Ja, das ist leider immer so, Leute. Das ist ein verlassenes Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Hier ums? Ja. Das ist ein bisschen. Ja, Michael, jetzt hast du alles gesehen. Gehen wir runter zum Keller, ne? In die Bahn. Wo? Ja, wir sind hier nicht alleine. Ja, ich bin nicht alleine. Es steht die ganze Zeit schon. Jo, Leute, jetzt sind die ersten wohl mit im Gebäude, die ersten Los Placer. Vielleicht ist das auch der, der eben gehubt hat. Ja, ist natürlich klar. Jetzt ist halb eins. Da kommen die ersten Besucher. Aber ich habe den Doktor noch nicht gefunden. Die müssen also warten. So, schauen wir mal. Ja, da ist tatsächlich jemand da hinten. Morgen. Hast du eben gehubt? Geh mal hin. Ja, ja. Geh mal eben mal ein bisschen quatschen. Mal gucken. Ah. Ja, ich halte die Kamera mal eben nach unten. Morgen. Der Hooper. Hub, hub. Grüß dich. Ja, ich sagte ja, diesmal konntest du mich nicht ärgern. Ich wusste es. Grüß dich. Keine Sorge, ich filme dich nicht. Ja, Leute, jetzt habe ich den Los Places.de hier. Morgen. Morgen. Das ist der Michael. Moin. Das ist Joey. Was ist gut, Joey? Ja. Das ist schön. Ich bin vor ein paar Tagen nicht hier gewesen. Und? Da war diese Platte hier. Ja, ich weiß. Ich war am Montag hier, da war die zu und am Dienstag war es offen. Aber ich habe es schon sofort gesehen, dass es teilweise nur an diesem holzigen Fenster der ganzen Himmel war. Ja, total bekloppt. Ich wusste abends, wenn die direkt rein wollen, die Obdachlosen muss der Weg weg vergessen. Ja, ich habe ja mit den beiden gequatscht am Dienstag. Da sagt er zu mir, mit Fuß, kein Problem. Ich habe mich kaputt gelacht. Hast du die am Dienstag gesehen? Am Dienstag war das wieder auf. Die haben gesagt, am Montag haben die einfach zuge... Die haben noch nicht mal geguckt, ob die hier drin sind. Die haben einfach das Ding zugemacht. Die waren also noch hier drin? Nee. Die waren hier drin im Haus, aber nicht die, die zugemacht haben. Da finde ich echt, du kannst doch nicht das Ding zumachen und gucken, ob hier noch einer drin ist. Ja, die waren noch hier drin. So haben die das zumindest gesagt, aber der war hagelvoll. Man konnte ihn kaum verstehen. Ja, ich weiß. Ihr glaubst, welcher Uhrzeit du mit dem Quatsch verstehst du nicht. Ich wusste gerade, als du der Hub da geschrieben hast, dass du vor der Tür stehst. Ich durfte nur erst mal winken. Ich bin da, Michel. Aber mittlerweile weiß ich es ja. Hey, wo? Bobby. Ich bin nicht der Bobby. Wie lange machst du? Wir sind jetzt gleich fertig. Wir gehen jetzt gleich runter zur Kammer. Ja. Machst du vorher auch so? Ja, ich muss ja Instagram. Geht ja nicht anders. Fängst du oben an? Ich mach erstmal einzelne Videos wahrscheinlich. Ja, von den Tresoren? Ich hab die beim letzten Mal erst gefunden. Ich wusste das gar nicht. Du kannst ja ganz kurz nach Instagram schicken, dann erklär ich dir das gleich, wenn du ausmachst. Ja? Ja. Alles klar. Ja, gut. Leute, wir gehen jetzt weiter. Wir haben gerade mal eben ein kleines Pläuchchen gehalten hier mit dem lieben Joey von LostPlace.de. Der ist jetzt gerade hier. So, Augenblick mal eben. Also nochmal der Hinweis. Wer die Orte raushaut, wird stumm geschaltet. Wir machen jetzt auch weiter. So, wir hauen dann jetzt wieder Richtung abwärts. unten sind jetzt auch die Türen offen. Hast du schon gesehen? Erste? Ja, ja. Hab ich gesehen. Ist doch sogar hier. Die waren doch alle vorher zu. Ja, das hab ich schon gesehen hier. Ja, keine Ahnung. Wenn du ausgemacht hast, kannst du dir das du musst dir noch Bescheid geben. Oder ich komme jetzt mal runter, wenn du ausgemacht hast. Ja. Dann erklär ich dir noch was. Alles klar. So, Leute. Wir gehen jetzt runter Richtung Keller und dann möchte ich euch bitten, mir dann gleich auf Instagram zu folgen. weil gleich geht es dann im Keller bei Instagram weiter, sofern unten Empfang ist. Das ist also immer Glückssache. Ja. Michael, hier müssen wir dann. Ja. So. Ja, das ist ja schön, dass du die Orte kennst. Trotzdem werden die Orte nicht rausgehauen. Ja, danke fürs Kompliment. Wir sind alle super. Damit bist auch du gemeint. Sehr, sehr nett. Danke, danke fürs Kompliment. Hör mal, war diese blöde Tür nicht zu? Ja. Naja, ich versuch's mal. Du weißt ja, ich mag das ja nicht durch die engen Lupen zu stiefeln. Wir können auch oben rumgehen, Michael. Was ist dir lieber? Gehen wir oben rum? Ja. Ja, weil du gehst ja immer da durch. Ich hab da keine Lust zu. Ich glaub nicht, dass die auf ist. Das wär jetzt echt ein Wunder. Nee, dann lass uns oben rumgehen. Ich hab da keine Lust, durchzustiefeln. Willst du hier unten warten? Ich warte hier. Ja, los. Komm, gehen wir oben rum. Willst du nicht mehr durch? Nee. Da hab ich heute Abend hab ich heute Abend wieder rücken. Leute, wir müssen noch einmal die Treppe hoch und dann runter. So. Moment mal eben. Also, okay. Alles klar. Danke für das Kompliment. Aber ich hab jetzt keine Lust, durch die enge Tür zu klettern, Leute. Deshalb gehen wir mal eben eine Etage hoch und dann gehen wir von drüben wieder runter. Ja, Leute. Wie gesagt, wenn ich gleich bei Instagram nicht live komme, dann liegt das einfach daran, dass im Keller wieder kein Empfang ist. Macht euch aber keine Sorgen. Ich werd dann da noch mal so ein schönes Kurzvideo drehen. Und ihr seht das dann spätestens heute Abend bei Instagram. und ihr werdet nichts verpassen. Jetzt gehen wir erst mal hier einmal durch die oberste Etage und dann treffen wir uns dann unten wieder mit mit dem lieben Joey. Hier nochmal für euch. Ja, Leute. Danke. Ich freu mich, dass es euch gefällt. Wir sind hier in einem verlassenen Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Genauer Ort wird nicht bekannt gegeben. Bist du noch da, Michael? Ach komm, hier noch. Die Badewanne. Die nehmen wir noch mit. Die Badewanne hier. So. Alles klar. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir dürfen hier einen Raum im Keller bei TikTok nicht zeigen. Und deshalb geht es dann immer bei Instagram weiter. Das ist auch nicht schlimm. Wenn ich gleich im Keller nicht live, komme, Leute, dann liegt es nicht daran, dass ich euch ärgern möchte, dass der Empfang einfach nicht da ist. Wir lassen uns mal überraschen. Jetzt gehen wir erstmal runter. So. Aber dann, wie gesagt, komme ich nicht live, gibt es ein schönes Video heute Abend. Es gibt die den Kellerraum auch schon zu sehen bei Instagram. Aber natürlich mache ich trotzdem nochmal ein aktuelles Video. Es verändert sich ja immer so viel. So. So. So, ihr Lieben. Hier geht es jetzt runter zum Keller. Ich verabschiede mich jetzt von euch nochmal mit dem Hinweis. Das zeige ich euch jetzt am besten nochmal. Kommt bitte jetzt gleich dann auf Instagram. Jetzt mache ich euch nochmal auf hier. Zack. So. Einmal hier ein bisschen scharf. Das ist mein Instagram-Kanal. Ich hoffe, ihr könnt ihn jetzt so ein bisschen erkennen. Ja, so. Dort bitte einfach folgen und auch die Glocke aktivieren. Wenn ich gleich Empfang im Keller habe, dann werde ich mich von da dann gleich bei Instagram melden. Wenn das nicht der Fall ist, sehen wir uns in 1 bis 2 Stunden zum nächsten Live aus der nächsten Location wieder, sofern die zugänglich ist. So. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ja, ist richtig. So ist es. Hubert.b 176. Danke fürs Zuschauen, für die Geschenke, fürs Folgen. Wir sehen uns entweder nachher zum nächsten Live. Ansonsten geht es morgen oder Dienstag weiter. Aber geht mal davon aus, dass ich heute nochmal komme. Bis später, ihr Lieben. Besucher. Ja. Das ist vorsichtig. Bis später.